So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Wir wollen heute unser Level abmachen von Level 48 auf Level 49. Ich muss noch zwei Sachen machen und zwar schicke 500 Geschenke an Freunde. Da fehlt noch eins, das habe ich mir für jetzt aufgehoben und erhalte 50 Glücks-Pokémon durch Tauschen. Ich habe noch einen Glücksfreund, den 50. Glückstausch möchte ich jetzt dann hier im Video machen. Am Ende, vorher möchte ich euch aber alle 49 Glücks-Pokémon zeigen, die ich seit Level 48 bekommen habe. Also alle, die für diese Aufgabe dazu gezählt haben. Ihr seht, alle 50 Glücks-Pokémon, die für das Level abverantwortlich sind. Erstmal gehe ich aber auf meine Freunde und möchte ein Geschenk verschicken. Matze Nordland mit seinem kleinen Account ist jetzt hier neu drin. Dem gebe ich erstmal kurz ein Geschenk vom Fischknabenbrunnen. Dann haben wir die 500 Geschenke voll. Grüße an Matze. Spezieller Gruß an dich. Du bist es geworden. Du bist die 500. Dann gehen wir mal hier rein. Und geben Glücks ein. Glücks. Jetzt muss ich kurz ein bisschen scrollen. Und werde euch dann gleich zeigen, ab wann, ab wo, ab wie wir das gemacht haben. Hier sind jetzt viel mehr Glücks-Pokémon, als ich für dieses Video brauche. Groudon zählt zum Beispiel nicht mehr dazu ab. Diesen Zoom-Packs hat es angefangen. Ihr könnt auch nachzählen oder mitzählen jetzt. Dann seht ihr, wir kommen jetzt genau auf 49. Die alle für das Video getauscht wurden. Und am Ende gibt es, wie gesagt, noch den letzten. Ich werde jetzt immer auch die Bewertung hier einblenden. Und dann wollen wir diese 48 Pokémon mal durchgehen. Zuerst haben wir hier einen Zoom-Packs mit drei Sternen. Zoom-Packs ist ja sowieso gut als Wasserangreifer. Ich habe den früher auch als Bodenangreifer genutzt. Immer gegen Heatran oder so. Wir haben Duo-Raits gegen Heatran immer gemacht. Mit einer Zoom-Packs-Armee. Das hat auch hier ein recht gutes Level. Hat auch noch eine Mega-Entwicklung. Ist also ein richtig starkes, gutes Pokémon. Was man immer mitnimmt. Ihr seht, manche sind von 2017. Manche sind von 2016. Mein Trick war, ich habe ja noch so viele kleine Accounts rumliegen. gehabt von 2016, 2017, die da angefangen haben. Die haben viele alte Pokémon gehabt. Deswegen wird das Meister aus der ersten Generation sein. Oder eben dann noch aus der zweiten. Und deswegen wird auch überall Hildburghausen oder Röhmhild dran stehen. Weil das eben von der Zeit damals war. Da habe ich etliche getauscht. Da ist vieles glücklich geworden. Manche sind auch durch garantierte Lucky-Trades glücklich geworden. Aber das sind meine 49 Glücks-Pokémon für das Level-Up. Zumpex, 2800 WP. Wir haben ja ein Relaxo, auch mit drei Sternen von 2016. Oktober 2016, 3170 WP. Wir haben hier ein Geowatz von 2018. Hat nur zwei Sterne. Hat nur 12, 12, 12 als Werte. Das heißt, das ist das Schlechteste, was man als Glücks-Pokémon überhaupt kriegen kann. Da steht Las Palmas de Gran Canaria. Von wem ist das? Von Ivor Kids. Ivor Kids. 2018 in Spanien. Ein Geowatz gefangen. Gehen wir mal da hin. Da haben wir Despoda mit 2600. Drei Sterne. Wir haben Stolos. Was ja auch eine Mega-Entwicklung dann hat. Genauso wie Despoda. Aber da wird es am besten ein Hunderter. Stolos hier auf Level 50 vor allem sogar gepusht, oder? Drei Sterne mit 15 Angriff. Das ist was. Da würde ich mal die Mega-Entwicklung draus machen. Wenn ich Mega-Energie habe. Das reicht mir dann so komplett. Macho Mai am Start mit 2700. Auch drei Sterne hier aus Suhl. Dann haben wir hier ein Aerokack-Sprühl. Aerodactyl. Drei Sterne. Was ja auch eine Mega-Entwicklung hat. Ich habe mal einen Makabaya. Ich habe jetzt noch nichts weggeschickt. Es gibt viele von den Glücks-Pokémon, die ich auch absolut nicht brauche. Mit denen ich nichts anfangen werde. Die ich dann verschicken werde. Makabaya wäre ein Beispiel dafür. Das hebe ich nicht auf. Das kommt dann weg. Aber trotzdem recht gute EV. 5-5-5-WP. Das sieht gut aus. Pixi ist hier am Start mit einer Treppenbewertung. Also sieht aus wie Treppenstufen. Drei Sterne. Viele nehmen das ja auch für die GBL. Ich bräuchte Sitz wieder nicht. Voltoloss habe ich dann versucht in gezielten Lucky Trades momentan zu bekommen. Weil ich weiß immer nicht wohin mit meinen Sonderbonbons. Weil ich Terrakium und Sacrom mit Sonderbonbons auf dem Free2Play Account auf Level 40 gebracht habe. Habe ich gedacht, das nächste Starke, was da war, war Voltoloss. Also habe ich erstmal meine nächsten Sonderbonbons immer in Voltoloss gesteckt. Und habe bei Lucky Trades mir da versucht, ein gutes Exemplar zu angeln. Das hat drei Sterne. Das ist auch richtig gut. Das ist, glaube ich, auch das Beste, was ich habe. Hier haben wir Gewaltrohr. Auch mit einem richtig hohen Level. Auch von 2017. Kannst du auch Mega-Entwicklung dann mal draus machen. Würde auch so reichen. Hytera da, sogar ein 96er mit 2700 WP von 2016. Ursaring, auch drei Sterne. Machomai, drei Sterne. Krüppug, drei Sterne. Das ist wieder was, was ich verschicken würde. Also wenn ich dann aufräume, wieder Platz brauche, verschicke ich sowas. Nidoking ist sogar ein hundertprozentiges geworden. Auch von September 2016 rübergetauscht. Einfach als altes Pokémon. Ist Lucky geworden. Ist ein hundertprozentiges geworden. Hier also Nidoking 100% mit drin. Bisa Knosp. Vielleicht für Mega-Entwicklung, wenn ich kein besseres habe. Muss ich mal gucken. Mir fehlt ja eh Mega-Energie bei fast allen Pokémon. Blitzer ist hier dabei mit drei Sternen. Hier haben wir nochmal einen Voltoloss. Das dürfte aber schlechter sein als das andere. Aber halt eine schöne Wetterbrust. Wieder Geowatz. Eigentlich auch richtig schlecht. Ja, Labras. Ja, habe ich in der Hyperliga immer benutzt auf dem Main-Account. Gengar. Habe ich aber schon eins, was ich mega entwickelt habe. Habe auch ein Krypto, glaube ich mal, dann. Also nicht mega entwickelt, aber ein Stück gepusht. Das bräuchte ich also jetzt nicht. Mir reicht ein Gengar für Mega-Entwicklung und ein Krypto-Gengar, weil es cool aussieht. Rest ist egal. Pam-Pam hier als Glücks geworden. Hier nochmal Pam-Pam als Glücks geworden. Und da gab es letztens nämlich auch Pam-Pam-Showcases. Da habe ich gedacht, ich tausche mir einfach ein paar Pam-Pam rüber von den kleinen Accounts. Und das Größe setze ich dann in Showcase. Beim Rübertauschen, obwohl die von 22, 21 sind und so weiter, sind trotzdem einige halt glücklich geworden. Da ist auch ein 96er. Hier haben wir noch einen Maschok. Das könnte man kostenlos jetzt entwickeln. Aber das werde ich wahrscheinlich einfach weghauen. Dann haben wir hier noch Maromai. Wieder mit drei Sternen. Wieder Pam-Pam mit einer recht guten Bewertung. Hypno ist dabei. Alles auch von 2016. Früher gab es ja nichts anderes. Drei Sterne. Aquana, 96er, drei Sterne. Wird auch im Mülleimer landen. Das nächste 96er wird auch im Mülleimer landen. Vor allem auf dem Hintergrundbild ist auch Aquana ein Glücksgrad zu sehen. Guck mal, so schön Aquana. Weg. Mag-Pi kann auch weg. Da braucht kein Mensch mehr hier. Togepi. Muss ich gucken. Ein gutes Togekiss für die GBL. Würde ich mir vielleicht in der Meisterliga mal, auch wenn die XL fehlen, mit der besten Bewertung. Aber da schaue ich an, was übrig ist. Das ist auch. Wie fehlen da? Drei Punkte fehlen. Hier fehlt... Das ist genau dasselbe. 368. 368. Beides vom 4.01.2017. Gibt es sowas? Strauf-Hein. Strauf-Hein. Selbe WP. Selbes Datum. Selber Tag. Genau gleiche Verteilung. Alles genau gleich. Hypoteros. Auch drei Sterne. Kusilla. Drei Sterne. Nochmal 96er. Drei Sterne. Tentoxa. Drei Sterne. Zedra King. Ja, machte halt aber auch nichts. Blue Bella. Drei Sterne haben wir noch. Akani. War früher mal richtig cool. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Man hat Flampivian vielleicht als Feuerangreifer. Als nicht-legendärer Feuerangreifer. Ditto ist lucky geworden. Ausdoss ist lucky geworden. Ist auch dabei. Lady-Yan. Das ist auch absoluter Müll, dieses Pokémon. Nocchan. Schlup. Octillery. Ja, auch recht gut eigentlich. Latios. Auch 12-12-12. Das war auch ein garantierter Glückstausch, weil ich ja auch da eine Mega-Entwicklung letztens machen wollte. Wollte gucken, ob ich ein recht gutes Exemplar bekomme. Und dann auch ein bisschen vorher pushen, bevor ich es mir rübergebe. Wir haben es nicht mega entwickelt. Wir haben das von Genaya dann mega entwickelt. Die hat ihr es auf Level 40 gezogen. Einen dann rübergegeben. Aber das hat auch da gezählt. Und Ratitox nochmal hier auch mit Treppchenbewährung. Zur Ruhe. Auch mit 96%. Das heißt, es waren jetzt alle 49 Pokémon. Und ich muss jetzt hier, ich gehe jetzt mal auf Tauschen. Gehe jetzt hier rein. Und für die Nummer 50 habe ich mir noch was Besonderes aufgehoben. So. So erscheint das jetzt nicht hier. Da steht es. Was können wir denn erstmal abgeben? Wir geben einfach das zuletzt Gefangene, was wir haben. Haben wir hier Golbit. Nehmen wir Golbit. Golbit geht weg. Und hier habe ich... Oh, das passt jetzt auch. Ah, das Pokémon ist nicht bei voller Gesundheit. Jetzt muss ich extra nochmal abbrechen. Jetzt muss ich raus. Jetzt muss ich hier... Haben wir denn hier Tränke? Da ist es. Und jetzt das Ganze nochmal. Pass auf, was das wird. Was wird das 50. Pokémon werden? Was ist das 50. Glücks-Pokémon? Was wird mein Tausch? Wir sind wieder drin. Hier nehme ich wieder Golbit. Hier gebe ich es ein. Und jetzt kann man es schon sehen. Es ist vom 21.10.2020. Es kostet mich 40.000 Staub. Es ist ein fliegendes Giratina. Sowas habe ich auch immer in der Meisterliga benutzt. Ich hatte ein hundertprozentiges Shiny Giratina auf Level 50 in Glücks. Das war cool. Das wird sicherlich kein Hunderter werden. Aber es ist schon ein bisschen gepusht. Es war auf 3.300. Giratina kommt ja dann auch bald wieder in die Raids zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Bei mir ist der dritte zweite. Giratina kommt dann in die Raids. Da werde ich vielleicht ein paar Giratina-Raids machen. Das ist für mich jetzt auch hier Pokédex-Eintrag. Und mal gucken, wie gut das jetzt ist. 3.381. Wir müssen es bewerten. Wir müssen es bewerten. Wie viel hat das jetzt? Es hat 3 Sterne. 14. 12. 15. Ich mache hier das dran. Pokédex-Eintrag ist da. Shiny ist da. Ich gehe zurück. Hier müsste jetzt noch das Level abkommen. Level 49. Aufstieg ist da. Wunderbar. Da kommen die Belohnungen rein. Es gibt auch wieder einen Pass. Das Goldbild kann ich auch mal zeigen. Das hat 13, 13, 13 hier auf dem anderen Handy. 13, 13, 13. Goldbild. Das reicht so. So, jetzt machen wir das aus. Weg. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Da kommt nämlich gleich noch die Statistik. Gefangene Pokémon 3.700. Besuchte Pokéstopps 554. Gewonnene Raids 7. Theoretisch habe ich jetzt also 7 Tage gebraucht für... ...für dieses Level ab. Weil ich ja pro Tag nur ein Raid machen kann. Durch den einen täglichen Pass. So ungefähr. Drücken wir mal drauf. Gehen wir mal weiter. Sind im Level 49 angelangt. Was müssen wir jetzt noch machen für den nächsten Aufstieg? Wir lesen es jetzt schon mal ganz kurz vor. Lande 999 fabelhafte Würfe. Fange die nächsten 5 legendären oder mysteriösen Pokémon, denen du begegnest. Da könntest du jetzt eine Meltan-Box zünden und einfach 5 Stück fangen. Besiege 3 mal ein Team-Go-Rocket-Boss nur mit Pokémon mit 2500 WP oder weniger. Also. Das heißt nicht mit 2 Pokémon, die 500 WP haben, sondern mit 2500 WP. Ihr könnt ein 3er-Team machen. Die Pokémon dürfen nicht über 2500 WP haben. Und dann besiegt ihr damit den Rocket-Boss. Erreiche Rang 10 in der Go-Kampf-Liga. Go-Kampf-Liga bin ich momentan bei... Bei was bin ich denn? Ich bin bei... Oh, bei Rang 6. Das wäre was. Diese Season, wo man noch erreichen kann. Man muss halt nur einmal ein Match machen oder so. Ist ja auch wieder Go-Kampftag. Bald da kann man das machen. Und vielleicht werde ich versuchen, die Aufgabe mit den Rockets als Level-Up-Aufgabe zu machen. Oder? Oder GBL als Level-Aufgabe. Ich weiß es nicht. Müssen wir uns angucken. Das war jetzt auf jeden Fall mein Level 49. Und zum Glück brauche ich keine Platin-Medaillen mehr. Und damals habe ich, wie gesagt, solche Statistiken gar nicht gehabt. Gar nicht gesehen. Die gab es erst, nachdem ich schon Level 50 war. Jetzt musste ich wieder anfangen. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Das war es von meiner Seite aus. Für euch auch mal einen Überblick über die 50 Glücks-Pokémon, die ich gebraucht habe. Für dieses Level-Up. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Stay in Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.